Willkommen am Red Bull Ring hier in Österreich, wo wir gerade auf das grüne Licht warten. In der nächsten Stunde wird sich herausstellen, wer hier heute im Qualifying die Nase vorn haben wird. Okay, du hast deine Boxen, bevor du das passiert, aus den Boxen stoppst du deine Anfass, für dich, oder? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vorsicht, denkt bitte, dass ihr Teamkollegen seid. Untertitelung. BR 2018 Los, los, los. Du kannst nicht weiter passieren, sobald die Säden des Verbrennern auf Temperatur sind. Untertitelung. BR 2018 Kurzes Hauptdienst. Von der ist jemand vor der Strecke gefahren und bei der Beflügel von der Aus. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Losfahren, losfahren! Du hast noch einmal hier, du brauchst den Stoppen, du brauchst den Stoppen mit dieser Strategie. Du hast die Dauerflage ingeläert und hast deswegen 5 Sekunden Strafzeit aufgedrückt bekommen. Das andere zeigt mir, dass es in 5 Minuten nichts mehr anfängt, denn 5 Minuten. Die Strecke ist frei, grüner Flage! Fertig, los jetzt! Fertig! Das war also der größte Stoppen, kein größtes Stopps, wenn du gerade! Ich weiß, die Bedürfnisse sind fürchterlich aus, das war es auf der Gaskontrolle. Ich finde, wir sollten auch in der Gaskontrolle bei den E-Termin-Kästen. Die Strecke ist frei, grüner Flage! 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 Und in der Gaskontrolle zu verfolgen, die Strecke ist frei, grüner Flage! Die Strecke ist frei, grüner Flage! Es ist frei, grüner Flage! Kälter hat den Rande rumgelät. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020